Hallo und herzlich willkommen im Arcada Club. An dieser Stelle sind die YouTube-Anwender wieder alle sehr enttäuscht, weil wir nämlich die Serie Kurzbefehle hier nun stoppen. Hier geht sie nicht weiter. Der Grund liegt darin, die Produktion dieser Videos, alles das kostet Zeit und vor allen Dingen auch Geld. Und wir leben bei YouTube von den Werbeeinnahmen, die aber so gering sind, dass sich das nicht mehr gegenfinanzieren lässt. Deswegen machen wir immer einen Teil, den wir bei YouTube quasi mit veröffentlichen und der auch schon zu einem Ergebnis führt. Ihr könnt ja jetzt schon den Nettopreis berechnen und auch ausgeben, aber es geht natürlich weiter in der Serie und wir werden sehr viel komplexere Kurzbefehle erstellen. Aber wir haben auf unserer Webseite eben die Video-Flatrate und auch den Kurs zum Kauf angeboten und den Usern, die dafür Geld zahlen und uns damit auch unterstützen hier in unserem ganzen Produktionsablauf, denen sei das Recht gegeben, dass die exklusive Inhalte bekommen, die bei YouTube eben nicht kostenlos zur Verfügung stellt. Und an dieser Stelle seid ihr herzlich eingeladen, auf die Webseite zu kommen und euch zu überlegen, ob ihr diesen Kurzbefehl kauft, falls er noch nicht zur Verfügung steht. Das passiert erst, wenn der auch wirklich viele Teile hat, also meistens 10, 15 Teile. Dann wird das Paket zum ersten Mal zum Kauf angeboten, hat dann einen Preis, der später mit weiteren Videoteilen auch steigt, der Preis. Aber wer günstig einsteigt mit dem ersten Paket, der bekommt die Updates alle kostenlos dazu. Aber leider können wir kostenlos hier nicht einfach das ganze Wissen raushauen. Das funktioniert nicht. Hab da bitte Verständnis für, so gern ich das tun würde. Aber es geht eben nicht anders. Also kommt gerne auf die Webseite www.akada-club.de und da geht es dann spannend weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020